m ja was kriegen wir jetzt noch mit hier die Laura hält aber auch noch was in der Fuß ja aber sie hat ja das nur in einer Hand, das ist ja nicht schwer, das ist ne Dose das ist ein Medi-Ding oder so ich hab keinen Rucksack, ich kann das nicht wegfallen wir sind, äh Lukas wir sind jetzt hier beim Schulgebäude in der Nähe ja wir sind im Krankenhaus mach mal den Zombie hier, weil sonst verfolgt er uns ins Gebäude wo ist das Krankenhaus? ich glaub du meinst das Schulgebäude, oder? oh ist das ein Schulgebäude? also rechts neben der Baustelle halt, ne? also hier ist noch alles umgelootet, also ich glaub nicht, dass ihr hier seid ok, ja, ne ne, wir sind auch nicht drin, egal, die beiden, die hinter mir sind zwar gefolgen da stehen Leute da stehen Zombies das ist da unten besser Zombies als Leute irgendwie ich glaube auch wenn wir jetzt auf die Ernsthaus Key bestehen ok ok auch ah nein, der schuss�� Ah und die SGS Was?! Alles stimmt! Wohin 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 Scheiße der kommt der her Boah ein Kind-Opener Aah Nice Wohin 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 Der site wurde nicht jeder air hinten mejores herausgefunden war. Herra, wo bist du? Wartet. Fast auf dem Dach, ganz oben. Okay, ich bin da rausgelaufen. Hey, pass auf. Stefan, nimm die Daumen hoch. Warum kann ich die nicht nehmen, alter? Ah, wegen dem beschissenen Feuer, ne, kann der nicht. Sag mir Stefan, du rauskommst nicht, ich warte vom Haupteingang. Okay, warte, ich versuch rauszukommen. Alter, ich bin da rausgekommen. Hier ist ein grauer Hoodie, nimm den jetzt um. Nimm den grauen Hoodie da oben. Ja, ja, ja. Hast du? Ja. Okay, raus jetzt. Raus, 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 raus. Genau, komm mit. Warum hab ich denn jetzt automatisch Rats gemacht? Weiß ich nicht. Ist jetzt aber erstmal... Wir laufen jetzt direkt zur Polizeistation. Ich muss mir grad ein bisschen zu heikel. Hier wäre auch gleich im Übrigen ein Problem. Aber erstmal zur Police. Achso, hier, Laura, du hast doch meine Schuhe, richtig? Du kannst während des Laufens dein Inventar öffnen. Kannst du mal kurz sagen, was für Munition? Äh, 9mm 25er Rounds. Hupsi-Push. Okay, das ist die einzige, die du hast? Okay. Ich hab 357er. Okay, ja, das ist... Dann habt ihr für verschiedene Pistolen, aber leider nicht für DSGS. Schade. Du hast die Waffen noch in der Hand, ne, Ara? Ja. Ja, aber wenn ich jetzt stehen bleibe, dann bin ich ja im Arsch, glaub ich. Nee, du kannst einfach ganz schnell einstecken. Weil wenn du so weiterläufst, dann bist du auf jeden Fall im Arsch. Du musst jetzt einfach mal auf die... Wir sind 50 Meter vor der Polizeistation, ne? Also... Komm, da kommen noch 3 Stück, die kriegst du ja nicht, oder? Doch, das... Pass auf. Egal, ey. Keine Sorge, ich passe jetzt den Rucksack auf, wenn du stirbst. Ja. Der hier ist das einzige Problem, der mit dem Helm. Äh... Würde der gerne helfen, aber... Tür ist auf. Vorsichtig. Na, Schaufel mache ich da nicht schön. Vorsichtig. Ich wohne mit dem. Ja, natürlich nicht. So, alle Räume durchsuchen, da kann überall irgendwas liegen. Boah, jetzt leg dich doch mal hin, du Sack! Alter, kack zu mir, ey! Wieder freundlich, ja? Ich bin schur. Kannst du das mal doofelaufen? Nein, so Henke, das ist gut. Das ist... Hat einer von euch noch einen Platz im Inventar? Hat einer von euch noch einen Platz im Inventar? Nein. Nee. Kannst du mal den Hoodie anziehen hier, Kollege? Ich hab 4 Racks bekommen, die ganz hier geben. Aber du hast den Hoodie nicht angezogen, oder wie? Ne, ich hab automatisch 4 Racks bekommen. Ah, du hast dann nicht den Hoodie genommen, du hast ihn, glaube ich, direkt vergessen. So, jetzt muss ich erstmal was essen hier. Ja, okay, dann behalt den. Aber kannst du das mitnehmen, was hier unten liegt? Da sind ja Police schon drin, ne? Ja, wir sind ja Police schon drin, aber die ist absolut... Oh, vorsichtig, nicht die Treppen runter springen. Nee, das mach ich schon nicht, hier oben ist nix. Wo bist du denn? Ey, ich bin oben gerade. Oh, Schuss, 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 pass auf, pass auf, pass auf! Kommst du mit, Erra? Rein, 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 alle in deinen Raum, pass auf! Warte, ich steck die Waffe schnell weg. Boah, wenn wir jetzt hier sterben auf dem Linie der Server, ne? Dann, na gut, ja, dann brauch ich nicht. Oh, 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 Scheiß! Wir sind oben im Raum, also wir... Wir sind im oberen Raum, in den zweiten von rechts. Wir sind ja bei Angst! Verdammt! Ich bleib immer hier. Ja, das nehm ich mal mit, ja. Ja, pass auf, wie gesagt, auf mich wurde gerade... ...unfreundlicherweise gesessen. Das kommt von Hügel aus. Irgendwas erhöht dann. Oh, ne Waffe, cool. Was denn? SGS. Neue... Nette Sache. Ähm, ich hab Munition dabei, auf jeden Fall. Wer ist das? Ich hab sogar SGS Muni dabei. Cool, ich brauch nämlich auch welche. Ich hab auch eine. Wo bist du unten in der Police? Ich hab doch, das ist doch keine. Was ist denn das? 22er Rounds ist nicht... SGS macht alle Türen zu hier unten. Wo seid ihr? War das denn so in der grünen Packung drinne? Seid ihr jetzt alle in der Police Station? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wo seid denn... Wo seid denn ihr? Ja, kommst du mit. In so einem Klavierhaus. Okay, achso, ihr seid nicht in der Police. Ja, okay, gut. Dann, ähm, hier, ihr beiden bleibt noch kurz hier. Ich geh noch mal aus dem Dach. Wir gehen mal hier raus. Wo was? Und in die Dropperei. Und du hast auch eine SGS, oder was? Ja, aber ich hab keine Munition. Und auf mich... Ich hab... Ich hab die Munition mit den grauen Köpfen. Ähm, die... Ja, das ist SGS-Office. 762 x 39. Nee, die heißt... Einfach nur 22er Rounds. Nee, nee, nee. Das sind nicht die... Das ist, glaub ich, wie lang Pistole. Und dann hab ich nur... 45er ACP. Ah, die ist für eine SGS. Pistole und so. Scheiße. Okay, ich kann niemanden ausfindig machen. Wir müssen aufpassen, dass gleich keiner reinläuft und uns holt. Bis... Aber er hat bis jetzt, glaub ich, nur mich gesehen. Schuss. Ja. Ja. Ich hab's gehört. Mosin. Oder SGS. Ich bin mit der SGS. Von der Mosin auch vorher schon. Du hast eine Mosin. Aber von wo? Der war diesmal nicht so präzise wie der letzte. Ach, hier oben ist auch noch eine Waffe. Was hast du denn? Sporter. Ja. Ey, drop mal deine Muni hier. Ich will mal sehen, ob das DLC da reinkommt. Okay, warte. Ja, aber du brauchst ein Magazin. Hab ich? Ja, ich würd's trotzdem mehr wissen. Aber eine Kugel passt auch ohne Magazin rein. Ja gut, aber das bringt nicht viel. Gerade nicht voll, weil Sporter nicht mehr... Kannst du jetzt mal gucken, ob das passt da? Wo sind denn jetzt Erra und Lukas? In der Nähe. Die sind ca. 100 Meter im Klavierhaus. Die haben die Waffe. Kannst du auch behalten, wenn du willst? Ich nehm die nicht. Also ich behalte den Crossbow auch, wenn ich da keine Muni füge. Okay. Was machen wir mit der SGS jetzt? Einfach wegwerfen. Könnt ihr euch aufnehmen? Wenn ihr uns findet? Wo seid denn die beiden jetzt? Ich nehme die erste mit. Okay, ähm. Was ist jetzt? Die beiden SGS als Crossbow jetzt. Hey, was meinen denn die anderen beiden? Wo wir jetzt hin sollen? Hast du die Muni noch? Hast du die getroppt? Ja. Ja, warte. Ich schraub dir den. Okay. Ja. Hab ich. Alles klar. Musst mal ein Magazin finden. Geht das so. Hm. Hier liegt im Übrigen Orange Rain. Zieh den mal an hier, Chef. Okay, lass mich hier raus. Wo bist du denn? Wo bist du? Warte. Muss aufpassen. Das ist gefährlich. Hier renoviert. Und da hinten in dem Raum links. Und warum kann ich das jetzt nicht anziehen? Sag mal. Du musst mit Tab. Öffnest mit Tab da hinten da. Ja, ja, ja. Und ziehst den einfach. Keine Wacken drauf. Yes. Also. Schön, dass ihr anderen da jetzt gerade so fleißig Munition und sonst was sammelt. Aber ihr könnt ruhig mal darauf eingehen, dass wir hier unter Beschutz stehen. Ja, wir kommen gerade. Munition wurde gesplittet. War das einer von euch? Nee, ich habe gerade Racks gesplitt. Beziehungsweise zusammengelegt. Okay, wir nehmen das hier als blaue Haus und nehmen noch mit. Jupp. Ja, okay. Das war das Geräusch. Okay, gut. Ich hab's noch was machen können. Vorher, ich weiß, dass hier jetzt jemand rumlimmert hat. Keine Ahnung von wo. Naked. Scheiß drauf. Wo seid ihr jetzt? Ja, in dem blauen Gebäude da. Ja. Arzt geht weiter, was das ist. Also fast bei euch. Ja, okay. Ihr seid doch in der Police, oder? Ja, immer noch. Ich trau mich nicht so richtig raus. Okay, also wir laufen hier draußen oben. Ja, komm raus, wenn du fertig bist. Ja, ich bin fertig. Okay, wir laufen hier raus. So, wir jetzt zu euch reinkommen, aber ihr lieber rauskommt zu uns. Ja, ich würd sagen, wir kommen raus. Hier reinkommen hat kein Zwerg. Ja, lass mal in Bahn auflaufen. Ja. Folgt mir. Und legt alles, was ihr habt, aus der Hand, denn wir müssen schnell laufen. Wo bist du jetzt hingelaufen? Ich seh dich dran. Ich bin rausgelaufen, geradeaus. Auf den Schäden lang. Du da in der oaktenden Jacke, wer auch immer du bist, kannst du das Kid hier nehmen? Ja, kann ich. Wenn das passt. Ich kann das auch noch nicht. Ich bin hier auf den Gleisen. Ja, du? Welche Seite? Ja. Ja. Ach da, okay. Okay, kommt ihr? Ja. Ja. Aber wir machen jetzt mal eins, zwei, drei raus. Lauf, 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 lauf. Geh, gehen wir mal hier rein. So drei Hanselköpfe noch. Ach, da seid ihr. Okay. Ne, ist nichts. Oh, ich hab Schüsse. Schüsse, Schüsse, Schüsse. Der hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Weiß nicht von welcher Seite. Ich glaub die Schüsse kamen von hinten. Also vom Hügel aus, nicht vom Meer? Hm, ich glaub auch. Ne, ich mein vom Hügel. Ne, wir stehen noch auf den Schienen. Also wenn die vom Meer aus kommen, werden wir dann tot jetzt. Oh, ich hab nur einen Schuss, das kacke. Wo, wo seid ihr denn? Im Bahnhof. Lauf mal zum Meer auch, zu den Bahnschienen. Ja, wir sind direkt an den Bahnschienen. Ja, wir sind direkt an den Bahnschienen. Warte, da hinten seid ihr. Ja, komm. Ja, Moment. Da rennt jemand hin, ach, seid ihr beiden das? Okay, da sind wir. Ja. Irgendwohin ist ne Alba auf den Hügel. Ja. Wir kriegen das hier nochmal, denke ich, eher unwahrscheinlich. Na, lass mal weiterlaufen, wenn ich soll, ne? Hier ist alles leer. Ja. Ich will hier noch kurz in den Lagerhallen gucken. Ja, gut. Ja, da gibt's auch viel Loot, auf jeden Fall. Wolltest du dann in die neue Stadt oder wohin? Ja, einfach jetzt am Meer langlaufen, oder? Nach rechts. Also nicht in die neue, sondern eher so Richtung Elektro und so. Ja, das ist die falsche Richtung, dann müssen wir... Dann müssen wir jetzt sowieso hier lang, wo wir jetzt gerade sind. Ja, jetzt, wenn wir was mehr gucken, nach rechts, oder nicht? Ja, dann können wir ja jetzt auf den ganzen Tag heilen, abgabbern. Na dann. Tschüsse. Ich hab gar nichts gehört. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hab' nichts zu machen. Ey, nur weil ich hier ein besseres Gehör habe, ja. Ich finde hier. Black Tactical Shirt. Wer von euch hat weniger als 4 Slots oben bei der Oberkontaktellung, der zieht das jetzt an. Niemand. Ich hab 4 Slots, genau. Ich auch. Ja, aber das Tactical Shirt ist besser als die orangische Jacke, auf jeden Fall. Achso. Weil es nicht so auffällig ist. Ich bräuchte auch mal was anderes. Ja. Ja, du bist erstmal egal. Dann jetzt. Einfach nach rechts dann rauslaufen. Ich stehe hier vor so einem Gebüsch. Ich weiß ja nicht, dass hier jetzt noch was läuft, oder? Vielleicht noch Magi, oder? Oh, aber das sind nicht welche und viel spaßigen Leute hier gefühlt. Ja, muss ich auch da dran denken. Ich hab schon unsere Komplexe, glaube ich, jetzt hier hier Angst zu stehen, ne? Ja, wenn der Typ sich jetzt hier irgendwo in so ein schlimmes Haus gesetzt hat, dann hat er mich jetzt hier gerade voll in die See. Keine Ahnung, wo ganz winken. Wir sind jetzt alle beieinander. Eins, zwei, drei, vier, fünf. I'm extremely hungry. Er geht schon wieder los. Achso, ja, dann... Dann machen wir mal Pause hier und decken was. Rechts ist ein Spieler langgelaufen, aber ich glaube, der hatte nicht viel. Hier steht ein Zombie rechts um die Ecke, deswegen... Mit Essen ist jetzt hier, glaube ich. Naja, obwohl der bewegt sich nicht, also essen wir hier. Ja, hier können wir essen. Der Spieler ist Richtung Stadt gelaufen. Achso. Wenn wir gleich einen Schuss hören und dann könnte es sein, dass der Spieler tot ist. Dann sind wir am Arsch, hinde. Ja. Ich hab nichts zu essen, ne? Ja, gut. Was zu essen hab ich schon. Jetzt hab ich aber auch nichts mehr zu essen. Ja. Hier. Hier liegt auf dem Boden. Ja. Äh, 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 ich leg mal die weg. Ich bin noch ein bisschen ruhig, oder? Hier, das Essen, was auf dem Boden... Kann mir jemand dafür was zu trinken geben? Für das Aufgrupfwatte essen? Ich hab eine Dose zu trinken. Ich schmeiß mal hier hin. Liegt neben der Säge. Ich hab aber auch keinen Dosenöffner. Achso, oder? Ja, warte. Ich mach auf. Ja, warte. Ich schmeiß weg. Die sind ein paar Hafenarbeiter. Ja, hier liegt nur auf der Spaghetti durch. Ja, meine. Voll hygienisch. Lecker. Alter, diese Kau-Geräusche. Ja, aber die. Ich kann das nicht ab. Ich kann Kau-Geräusche überhaupt nicht ab. Vertrauen. Scheiße! Ja, Maske aus Spaghetti. Soll ich die Backli Beans auch auf machen? Ja. Alter! Vorbeziehen! Wörst du auch noch ein bisschen? Gerne! Ich bin hungrig und dorstig. Der Kollege dreht jetzt voll durch hier. Das ist nicht zu viel für ihn. Da liegt noch ne Taschenlampe und ne Batterie und sowas, ne? Ok, der Zombie ist gepult, jetzt müssen wir weiter. Ich bin irgendwie ein bisschen zu auffällig. Ach Quatsch. Oh, hallo Telefon. Wieso ist der so schnell? Ich bin ein Chinese. Hört ihr das Telefon eigentlich? Ein bisschen, habe ich gerade gehört. Angenehm. Jo. Ist geil. Geil. Nein, läuft lieber weiter, oder? Ja, wir laufen weiter. Ist keine gute Idee, ne? Hier ist ein Brunnen, weswegen... Ach, lass die jetzt einfach weghauen, die Shit so müß, die können ja nix. In einem Kreis um die rum und dann weghauen. Ich zück mal die Spitzhacke. Ich geh ins Haus reinig, sonst ist hier noch ab. Ich gucke zu und warte. Ach, ich blute? Das... Aber nicht gegenseitig killen, Vorsicht. Aber nicht zu zweit, lass das Ding mit der Spitzhacke machen, sonst wollte ich gegenseitig um. Ah, ich bin hier... Ah, ich bin hier rausgeglitscht. Wat? Ich bin hier rausgeglitscht. Achso. Und da hinterm Zaun steht noch wer. Also noch ein Zombie mit. Bang. Ja, bleib mal hier und trink mal was. Ah, weg! Ah, nicht vor meine Spitzhacke laufen. Sorry. Wollen wir wissen, wie sich das anfühlt. Äh, das ist... Ein Stich. Du! Friss Scheiße! Du Arschloch! Okay, ist er tot? Ja, okay. Und dann können wir jetzt... Kann ich meine Wasserflasche hier auffüllen? Ich trink mal einen Schluck. Weil du hier so lange mal rein bist, so wie du jetzt bist. Fisch Cargo-Fans, die haben sechs Flots, falls eine Hose von euch irgendwie... Achtung, dann noch ein Zombie. Ja, das... Von den Bahngleisen aus noch ein Zombie. Nein, ich hab mich... Neeiii... Ich mach ihn. Aua... Ja, wie gut, dass ich mich da sowieso schon verbunden habe. Aua, du hast mich voll gemischt. Ja, ich dachte... Aua, 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 aua. Lauft mal weg! Jetzt... Ist er auf mich. So, ich bin hydrated. Das ist wunderwunderschön. Ich noch nicht. Einfach F-Spam. Au! Nein! Ich verbinde mich dann da. Wie berührt ist das denn? BANN! Die Kacknase! Jetzt bin ich hydrated, okay. Okay, ähm... Joa... Weg hier. Lass ihn einfach in Ruhe jetzt, bevor du da noch irgendwie Blut verlierst. Ja, du musst noch gar was snacken. Ich muss ja auch was trinken. Achso, ja, okay. Das ist... Moment. Nur ich hab Angst, das ist der Typ. Jetzt beobachte ich doch nicht. Ich hab Angst. Ich hab Angst.